Ra da 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 Der Fan Reporter kriegt sich nicht ein Gold für den deutschen Doppelfehrer Herren und Frauen. Die Damen kommen gleich Gold oder was? Jetzt habe ich die Herren bei mir Karl, Hans, Laurits und Philipp. Einen dicken dicken Glückwunsch vom Fan Reporter. Gehts euch gut? Super! Könnt nicht besser sein. Wenn ich so ein Bier in der Hand hab, dann ja. Das kriegste in vier Minuten. Der Karl hat euch zugerufen den Körper nicht mehr schon, das hab ich gehört. Kriegt man da eine Wut auch auf den Kerl? Kriegt man da irgendwie, kriegt man da eine Aggression und hilft die? Ich weiß, was ich da für eine Truppe hinter mir habe auf Schlag und wenn so ein Kommando kommt, dann weiß ich, was abgeht. Wie geil ist die Goldmedaille? Sehr, sehr geil oder sehr, 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 sehr geil? Sehr, 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 sehr geil. Maximum. Fantastisch. Und Philipp, heute wird noch gefeiert, nehme ich an, oder? Ja, ich denke, zehn Minuten haben wir noch und dann werden wir nach Hause machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hey, mein super dicken Glückwunsch, das ist fantastisch. Vier Goldmedaille am Start für euch. Ich würde euch bitten, einen Gruß in die Kamera an die deutschen Fans, die euch verfolgt haben. Ich habe den Lauf auch gesehen, hier unten im Haus. Ich konnte nicht live, das war Wahnsinn, wir sind ausgerastet. Das macht ihr heute Abend auch und einen Gruß in die Kamera. Ich gebe einfach euch das Mikro in die Mitte und vielleicht ruft ihr, was ihr immer ruft. Ihr seid supergeil, ihr seid die Besten. Und wir freuen uns, dass wir uns da umgedrückt haben. Vielen Dank! Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!